Guten Tag Wie komme ich wieder hin? Ich komme wieder weg Ehh Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's play Sleeping Dogs mit King Falke Und letztes Mal haben wir hier erste Punkte bekommen Und jetzt müssen wir hier so einen Gefallen tun Schon wieder vergessen was Schnee durch Ha Lell Jetzt muss man ja mal gehen Oh ich bin schon wieder weg Oh ich bin schon wieder weg Oh ich bin schon wieder weg Die erste Bummer Suck, 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 Suck Uhhh Hallo Oh Oh Dann Ich sage das tief Geister Geister Oh 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 Suck, Suck Suck Oh 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 Gefälligkeit erledigt Ansehen Erfahrung Erhaltende Belohnung 200 Hongkong-Dollar Feldberichte Erh Wind W- W- Erh Oh Ehm Und nochmal hier Weg Ich weiß nicht, was ich nicht wissen. Also, ein paar Jahre. Ein paar Jahre ago, der Ming kam zu mir und fragte mich, um ihn zu schauen, was er zu tun ist. Es ist speziell, aber auch andere Sachen, auch. Ich dachte, warum nicht? Ich habe einen kleinen Cut von meinen Jungs, kein Problem. Aber diese Woche, ich sende Jackie hier, um die Envelope zu holen, und er sagt, mein Jungs, zu schlafen. Er ist jetzt mit Dog-Eyes, also können wir uns alle schlafen. Du willst mir ein Beispiel aus Dog-Eyes machen? Der Homgatan wird bekommen, was kommt. Jetzt, ich brauche jemanden, um mich zu beschäftigen. Dann gehen wir mal wieder. Quillen nach Ming's Aufenthaltsfragen. So, wieder auf. So, was ist mir gefällt. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Ja, der Döck jetzt mal lang. So. 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 Polizeibericht im Laufe des Spiels. Schalten Sie neue Polizeiberichte frei. Benutzen Sie das Telefon, um sie abzurufen. Berichte. Gesperrt. 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 Ach, da war was. Du, 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 du. Ja, ja. Feldbericht in Schuh. Hintergrund. Vincent Schuh. Codename Dragon. 5. Oktober 2010. Streng geheim. Mein Hauptkontakt ist Vincent Schuh. der Sun und E-Redpool, der einen Teil von North Point kontrolliert. Und Klam zumindest denkt er, dass, wie aus meinem letzten Bericht hervorgeht, verliert Schuh die Kontrolle mehr und mehr an einen rivalisierten Sun und E-Redpool namens Sam Dog Eyes. Denn Schuh ist hinzköpfig, impulsiv und nix als clever. Er verfügt über einerlei schulische Ausbildung und ist selbst mit Intrigen, was Intrigen auf Gang, Gang eben überfordert. Seine Stimmungsschwankungen gehen möglicherweise auf anabole Streuide zurück, die ja meistens, erachtens regelmäßig einnimmt. Schuh ist ein idealer Zugang in die Triade. Er ist ehrgeizig, aber zu dumm, um sein Ziel zu erreichen und braucht dringend einen intelligenten rechten Hand. Diese Rolle spiele ich. Allerdings hat mein Rache, mein rascher Aufstieg innerhalb der Water Street Gang für Unruhe gesorgt. Ich bin überzeugt, dass die Mutmaßung über meine wahre Identität auf diese Eifersicht, die Eifersichttelei als auf Beweise beruhen. Trotzdem muss ich aufpassen und meine Arbeit muss in der Zentrale absolut vertraulich behandelt werden. Schuh ist wie zahlreiche anderen Anführer der San On Yi, darunter auch Dogeis Lin, in Wohnbauprojekt Old Prospecti aufgewachsen. Er scheint sich schon früh der Triade angeschlossen zu haben und hat mittlerweile den Tenit seine Macht erreicht, um noch weiter aufzusteigen mit den weitaus versierteren Red Bull wie Big Smile, und die Leitu Jin, Znao und Prognos Yang Schnitt halten. Okay. Mhm. Gut. So. Hm, weiter. Tschüss. So. Sexy Männer. So. So. Weiss. So. Roہ. Feuer. So. 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 Oh Ming ist der Hehehe 4-3 auf Hehehe, leck mich Ich bin da oben Ich bin da oben Ich bin da oben Ich bin da oben Das haben wir alles in den Arsch Ich bin da oben Oh Ich bin da oben Ich bin da oben Ich bin da oben Ich bin da oben Guten Tag meine Freunde, Linksschlägerbedienung Loll Schlafen Nein, ich bin nicht schlafen Was ist das? Den habe ich jetzt mal eingeschickt Knall, knall Gut, F Die sind noch da, oh ne da Oh, der nennt schon in der Mitte noch nicht schmeißen Entschuldigung Und da oben ist er Schnellgeruch Und weiter geht Noch einmal kämpfen Ups Zuck Gut Ups Zuck Du kannst ihn auch noch schmecken Aua Oh, der steht noch oft WTF Zuck Ups Wollen wir da noch machen? Weiß Zuck Ups Booth, Booth Zack, und jetzt... oh ne, das steht schon Ohhhh, wir sehen die jeden, ok Booth Attaciere die einen Captain und folgen die Krone Ohhhh Du hast mit den Sorte, Mother Keine Stöte, oder? F*** Dörgüis Winsor owns diese Region Du f*** mit uns und du vergreste es Ok, ok, aber bitte, dass du Dörgüis nicht meittre Ah, f*** Da, Jo, Baudai Mit nur Verkappten-Copshörer rufen. Ich könnte es machen. Ich könnte ein echtes jemanden sein. Danke, dass du mir das Licht hast, Officer. Ich will dir eine Chance, Shen, aber du musst mit mir arbeiten. Dann vielleicht kann ich dir ein Deal machen. Oh, Superintendent, ich bin in der Mitte einer Interrogation. Inspector, da wurde ein Misunderstand. Misunderstand, Sir? Als Ihr Superior Officer, ich versuchte dich, diesen Mann zu verlassen. Aber, Sir, ich habe es auf dem Rekord, dass er Son An-Yi ist. Ich verstehe das. Ich kann einfach nur einfach ihn aus. Ich meine, du hast mich zu verlassen, dass er ein Kriminelle mit keinen Verbindungen zu der Triad ist. Und nicht nur ist es gegen Protokoll... Oh, für Gott's sake, Tang, er ist einer von uns. Was? Jesus, Pendruh! Ich hole mich die Tür. Es gibt ein paar Badges outside. Wer hat dich nicht gehört? Es ist okay, Wei. Wir können sie vertraut. Vertraut? Ich habe sie einfach gesehen. Congratulations, Tang. So, jetzt wissen Sie. Vielleicht können wir jetzt sicher, dass wir helfen, Wei. Nicht, dass er sein Job ist, wie es ist. Ja, es scheint mir nicht zu sein, dass ich eine Chance habe. Nein. Nein, du nicht. Jetzt sehen Sie sich aus. Permission zu sprechen. Denied. Gespeichert. Es ist schon abgeschlossen. Oh, ich habe ein Update. 270dx. F3. Gericht. Über Sam. Ja, Geislin. Sicherer Hausort. Aber Tab. Konnten sie die Angriffe ihres Gegners? Aber ja, das hatte ich ja schon, denke ich. Und hier. Schlagresistenz. Der Schläger erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe, oder? Schlagschaden, Bonus. Zusätzliche Schaden durch alle Schlagangriffe. Schauen. Sind sie sicher? Ja. Ding, ding, ding. Und dann gibt's... Und das ist ja da. Ja. Gibt's nix. Ja, ich habe schon... Sichern Sie sich... Sich... Was sichern Sie sich? Das Smartphone. Ich hab'n Smartphone. Ansehen. Meter. Frei. Geschaltet. Füllen Sie die Anzeige im Kampf um Gegner einzuschüchtern. Von Gesundheit zu regenerieren. Genau, das hab' ich ja schon. Ah, hier da sieht man's. Gesundheit schreien. Maxi Gesundheit. Erhält um Null. Ja, ich hab' ja das ähnlich gefunden. Wenn ich 5 immer finde, bekommt immer. Da plus 10, dann plus 30 und so weiter und so fort. Ich kriege immer meinen Lebensbrecken erhöht. Wird dann mehr. Jo. Was sagt das Albträumen? Wie du gespeichert. Jo. Ja. Aber leider ist es dann wieder die Folge. Was? In Ihrem sicheren Haus gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank und eine Videoüberwachung mit der Sie zugreifen können. Drücken Sie Tab um Ihre Karte zu öffnen. Drücken Sie mehrmals M um Prima durchzuschalten. Ich hab' mehrere Ziele. Aber leider war's schon wieder die Folge für heute. Hoffentlich hat's euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.